Dann kommen wir zur Abstimmung über den Koalitionsvertrag und ich frage Sie jetzt, bitte Stimmkarten bereithalten, wer stimmt für den soeben vorgestellten Koalitionsvertrag, den bitte ich ums Kartenzeichen. Dankeschön, vielen Dank, das gucken wir uns noch ein bisschen an, aber das reicht, vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön, jetzt dürfen Sie die Karten runternehmen. Jetzt frage ich, wer stimmt dagegen? Ich sehe niemanden. Wer enthält sich? Ich sehe keine Enthaltung, 100 Prozent Zustimmung. Wir wollen schon noch einmal beschreiben, dass das ein besonderer Moment ist. Vieles von dem, was wir jetzt gerade unterschrieben haben, haben wir jahrelang erarbeitet in der Opposition, intensiv dann in den letzten Wochen zusammengefasst und auf einen Kompromiss gebracht. Und ich glaube, die große Mehrheit, die es sowohl bei dem Mitgliederentscheid der FDP als auch bei unserem Landesparteitag gab, ist wichtig, wenn man jetzt nämlich die Gegensätze versöhnen will. ích sozialistische Gespräche